Parodontitis ist eine ernste Erkrankung des Zahnfleisches, die sowohl die Z-Arnie als auch den Kieferknochen schadigen kann, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird. Es ist wichtig zu verstehen, welche Risikofaktoren die Entstehung von Parodontitis-Beger ein Viertel instiegen kann, um präventive Mainamen zu ergreifen und die Mundgesundheit zu erhalten. 1. Ungesunde Ernährung Eine unausgewogene Ernährung, die reich an zuckerhaltigen und starkehaltigen Lebensmitteln ist, kann das Risiko FA ein Viertel eher Parodontitis erhören. Diese Art von Ernährung FA erdert das Wachstum von Bakterien im Mund, die den Zahnbelag verursachen und letztendlich zu Parodontitis FA ein Viertel renn kann ihn. Es ist wichtig, eine gesunde Ernährung zu pflegen, die reich an Obst, GEMA ein Viertel SE und magerem Eiweier ist, um das Risiko FA ein Viertel eher Parodontitis zu verringern. 2. Rauchen Rauchen ist einer der Hauptfaktoren FA ein Viertel eher die Entstehung von Parodontitis. Tabakkonsum schwarz CHT das Immunsystem und reduziert die Durchblutung im Zahnfleischgewebe, was zu einer verringerten FA-Higkeits des Kapers FA ein Viertel HRT, Infektionen abzuwehren. Raucher haben ein deutlich haheres Risiko FA ein Viertel eher Parodontitis als Nichtraucher und sollten unbedingt mit dem Rauchen aufhören, um ihre Mundgesundheit zu verbessern. 3. Mangelnde Mundhygiene Unzureichende Mundhygiene ist einer der Hauptgra ein Viertel in der FA ein Viertel eher die Entstehung von Parodontitis. Wenn Zahnbelag nicht regelmaig entfernt wird, kann ihn sich Bakterien im Mund ansiedeln und das Zahnfleischentze ein Viertel dehnen. Es ist wichtig, zweimal taglich GA ein Viertel endlich zu putzen, regelmaig Zahnseide zu verwenden und regelmaigige Zahnarztbesuche zur Reinigung und Untersuchung des Mundes durchzufahren ein Viertel rennen, um das Risiko FA ein Viertel eher Parodontitis zu verringern. 4. Genetische Veranlagung Die Vererbung kann auch eine Rolle bei der Entwicklung von Parodontitis spielen. Menschen, deren Eltern oder Groeiltern an Parodontitis gelitten haben, haben ein Haheres-Risiko, selbst an der Erkrankung zu erkranken. Es ist wichtig, sich A ein Viertel BER die familiare Vorgeschichte im Zusammenhang mit Parodontitis bewusst zu sein und präventive Meinnahmen zu ergreifen, um das Risiko zu verringern. 5. Stress Stress kann das Immunsystem schwatschen und die Enza ein Viertel Endungsreaktion im KA per Berster kennen, was das Risiko FA ein Viertel eher Parodontitis ahahen kann. Menschen, die unter chronischem Stress leiden, haben ein aha-hartes Risiko FA ein Viertel eher Zahnfleischerkrankungen und sollten Techniken zur Stressbewahrheitigung wie Meditation, Yoga oder Athema ein Viertelbungen in ihren Alltag integrieren, um die Mundgesundheit zu erhalten. 6. Diabetes Menschen mit Diabetes haben ein aha-hartes Risiko FA ein Viertel eher Parodontitis, da hohe Blutzuckerspiegel die Anfalligkeit FA ein Viertel eher Infektionen im Mundraum ahahen kann nehmen. Es ist wichtig, den Blutzuckerspiegel unter Kontrolle zu halten und regelmalige Zahnarztbesuche durchzuvereinviertelrennen, um das Risiko FA ein Viertel eher Parodontitis zu reduzieren. Insgesamt gibt es viele Risikofaktoren, die die Entstehung von Parodontitis bigger ein Viertel instiegen kann nehmen. Es ist wichtig, sich dieser Faktoren bewusst zu sein und präventive Meinnahmen zu ergreifen, um die Mundgesundheit zu erhalten. Durch eine gesunde Ernährung, regelmalige Mundhygiene, Vermeidung von Rauchen und Stress sowie regelmalige Zahnarztbesuche kann ihnen wir das Risiko FA ein Viertel eher Parodontitis erheblich reduzieren und unsere Zahni und Zahnfleisch gesund halten.